ist das cool sentinel titanen fokus endlich sind wir wieder da ok mal ganz kurz ein check abmachen was war das haben und was soll das nicht mehr brauchen die sachen brauchen wir definitiv nicht mehr kurzen blick riskiert ok auf geht's geben wir ihnen feuer oh nein soviel zum thema geben ihnen feuer ich war ein bisschen zu eifrig hallo dragon reiter hallöchen ja 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 Das war's. Das war's. Yeah, Upgrade-Punkt. Level gestiegen. So. F1. Okay, jetzt können wir endlich mal anfangen, hier richtig was zu machen. Okay, schauen wir mal rein. Ein Upgrade-Punkt. Da machen wir die Barrikade. Sollen wir ja machen. So. Haben wir hier irgendwas? Na klar. Ah, jetzt warte mal. Geht das nicht? Ach, das ist der Helm, okay. Ja, gut, da brauchen wir jetzt nicht gucken. Ich seh schon, das führt zu nix. Clan. Ach, da können wir ja die Zwerg-Allianz gründen. Unser Schiff ist aber auch schon ganz schön demoliert, meine Lieben. Das ist schon eine echt harte Nummer, hm? Legit. Juhu. So, ich hoffe, wir können jetzt endlich mal zusammenspielen, meine Lieben. Das wäre mal total episch. Neues Kobo-Play. Yay, endlich. Okay, jetzt gucken wir mal schnell, wenn wir da alles haben. So, schauen wir mal. Du bist es. Du und ich waren zusammen, als der Turm in Flammen stand. Und nun bist du hier. Dein Licht brennt uns einem Pfad, der dir... Danke. Besuche mich, wenn du zurückkommst. Hier keine Zeit. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Ey, hier ist die Hölle los. Hier geht so viel ab gerade. Wir kämpfen für die Urkregion, solange du kannst. Mach ich. So, was haben wir noch? Ein Clan ist eine Familie, die man sich auswählt. Ja, ein Clan werden wir auf jeden Fall gründen. Da bin ich mir ganz sicher. Hast du eine Geschichte? Die Träume sind anders. Und ich weiß nun warum. Der Reisende hat... Unsere Geschichte kommt mit dir zu. Pass auf. Was haben wir hier noch? E-Versum, okay. Was? Du dachtest, das E-Versum schließt wegen dem bisschen Apokalypse? Nö. Wir haben die Wahl. Aufgeben. Oder sich aufwaffeln. Den Staub abklopfen und sich Feinden stellen. Mit Style. Selbst wenn's richtig mies ist. Wenn du gut aussiehst, fühlst du dich gut. Und der Ort hier? Könnte etwas Glamour vertragen. So, was kann das E-Versum dir heute geben? Weiß ich nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall da nix von. Besuch mich bald wieder. So, was haben wir jetzt noch? Da waren wir schon, da waren wir schon. Da unten waren wir noch nicht. Da hinten waren wir noch nicht. Die Poststelle. Naja, da müssen wir mal vorbeischauen. Wenn's hier schon ne Poststelle gibt, dann ist es gar nicht mehr so schlecht. Nein! Schmelztitel Erde. Kann ich jetzt... Warte mal ganz kurz. Ich versuche jetzt mal Freunde einzuladen. Probieren wir's mal. Ja. Ja, ich weiß, aber ich... Warte mal ganz kurz, Kumpel. Ich versuch's jetzt nochmal. Skev und Kripschor beide mal. Und ich glaub, die Jungs hier sind auch noch nicht so weit. Wenn ich das richtig seh. Ah, guck an, da ist er! Krebskummer! So, jetzt schauen wir nochmal. Können wir jetzt den Einsatztrupp hier endlich loslegen lassen? Mal gucken. Trostland. Skev jetzt dabei? Ne, ne? Dann starten wir jetzt mit Krebschor zusammen. Go, Krebschor! Yeah! Wer mitspielen will, einfach eine Freundschaftsanladung in den Chat. Battle.net, einfach ohne Punkt schreiben. Mit einem Ausrufezeichen davor. Und den kann's losgehen. Einfach eine Einladung schicken. Ich such euch dann aus der Liste mal raus, wenn's grad passt. Dann fliegt ihr mit mir zusammen. In die europäische Todeszone. Wer kennt sie nicht? Ein Huch auf Krebskorb. Seh ich auch so. So, wie du da bist. Skev, du bist zu spät. Okay. Ulepro, danke im Übrigen für dein Abo. Geiler Typ. Vielen Dank. Okay. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ist auf jeden Fall mega gerade. Wo ist Krebskorb? Da ist Krebskorb. Hi, Kumpel! Wuhu! Ich weiß nicht, wie man diese geilen Emotes machen kann. Aber wahrscheinlich irgendwie hier. Geil! Krebskorb! Auf geht's! Ich weiß nicht, wie man die Reise! Okay, auf geht's. Go. Erstmal Stress machen oder reingehen. Genau. So macht man das bei uns. Was ist das denn? Ach, Statistenaufgang. So all right. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze. Aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen. Oder? Bin dabei, Kumpel. Das gelingt. Und auf bald hoffentlich. Komm schon, alter Mann. Du standest jahrelang Waffe auf dem Ball. Du kannst so lange durchhalten. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Zentralebene hängt ein Banner. Ist ein Gefallenen-Haus-Siegel. Aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Marco, grüß dich! Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Danke. Jräg. Nein, nein, die Bude. Komm, los, go, Creepscore. Hier, los. Mal kurz tanken. Hier, los, go, Creepscore. Hier, los, go, Creepscore. Guter gefeiert. Oh, verdammt. No. Ah, Creepscore hat's auch erwischt. Macht nix. Guter gefeiert. Guter gefeiert. Okay. Können wir das nicht öffnen? Juhu. Okay, erstmal ein bisschen gucken, was hier geht. Warum? Creepscore. So, mal ganz kurz nochmal checken. Level 3. Okay. Schaut jetzt bei Creepscore aus. Panna Cotta. Battle.net. Nicht Blizzard. Battle.net. Und zusammengeschrieben. Und zusammengeschrieben.